Auf Eilenden schwingen! Das heißt, wir fangen hier mal mit unserer Großverteidigung an. Oh, das sind wieder große Feuerwerfer sogar. Einsatzbereit! Gebäude wurde errichtet. Wobei wir die Basis des Lagers der H7 eigentlich auseinandernehmen könnten. Sobald der Angriff hier durch ist... Da müssten wir halt wieder mit einer Shoot-and-Run-Taktik... Hier bin ich. Gebäude wurde errichtet. Was wünscht ihr? In der Shoot-and-Run-Taktik die Blockade... Ärmel hoch und los! Achtung! Mein Greif wurde verletzt! Haltet durch, Männer! Mein Greif wurde verletzt! Schließ die Reihen! Feindlicher Angriff! Herr der Rune? Ja, ich sollte hier einen neuen Rundezwinger errichten. Schon dabei! Gebäude wurde errichtet. Ja, vorwärts! So, dann greifen wir einfach mal an. Sofort! Sollten aber aufpassen, dass wir nicht zu nah an die gegnerische Blockade kommen. Zur Ehre Aronius. Also den Belagerungsring. Hier bin ich. Wird sofort erledigt. Gehen wir es an! Verstärkt die Verteidigung! Feindlicher Angriff! Feindkontakt! Schlagt sie zurück! Sie sind überall! Mein Greif wurde verletzt! Sind auf Feinde gestoßen! Ja, kurz. Solange da überlauft und nicht da hinten hin. Sie schlagen zu! So! Der Greif wartet schon! Schenke uns günstigen Wind! Soll mir das gerade recht sein? Sind auf Feinde gestoßen! Feindkontakt! Schitt但是 Ordens Magius. OK! Bin unterwegs! Gehen wir es an! Oh, von da kommen noch die Schrauben zu. So. Ah, ich wollte noch fünf Kleriker. Und fünf Paladine, was nicht gehen wird. Dazu fehlt uns definitiv das Aria. Okay, wir haben einen Hero verloren. Sie schlagen zu! So, dann nutzen wir mal den Moment der Stunde, um kurz zu speichern. Und um herauszufinden, was es hier noch gibt. Feindlicher Angriff! Verstärkt die Deckung! Okay. Da geht's nicht weiter. Einsatzbereit! So, da haben wir frische Hunde. Herr, der Ruhne? Ja, wir können ja jetzt mal kurz gucken. Ja, zehn von zehn. Also, wir können maximal zehn von denen haben. ersten電, Die Schwer ahl-Fibo. Zum Viel grammatilenzial Getting synthet isn sittet. We'll nag und um ihn kennenlernen sie sweats. Und wir müssen Okay, da die hauptsächlich jetzt von hier zu kommen scheinen... Habe verstanden! Dann schieben wir nochmal unsere Defense. Ein bisschen... Ach hier. Und ja, irgendwann müssen wir dann Landsknechte nehmen. Ah, sieben Landszeichen. Zu den... Dann los! Schon dabei! Jawohl! Erwarte Befehle! Zurück mit euch! Zeit zu sterben! Nehme auftauchen, kurz bevor man selber ankommt. Oh, das da oben, das wird böse werden. Außer wir können da durch. Jawohl! Gebäude wurde errichtet. Verfügt über mich. Gebäude wurde errichtet. Das sieht aber wieder so aus, als ob... Ärmel hoch und los! Nee, die patrouillieren nur. So kommen die auch wirklich. Die scheinen auch wirklich zu kommen, okay. Wir sind bereit! Sind bereits in der Luft! Auf Eilenden schwingen! Auf Eilenden schwingen! Dann werden wir mal wieder hier mit Hit-and-Run arbeiten müssen. Hier bin ich! Gehen wir es an! Okay, sie kommen alle! Sie kommen alle! Ihr habt gerufen! Sind bereits in der Luft! Sie haben es auf uns abgesehen! Mein Greif wurde verletzt! Mein Greif wurde verletzt! Verstärkt die Deckung! Hierin schütze uns! So! Was wünscht ihr? Das war die erste. Gebäude wurde errichtet. An die Arbeit! Zu diensten! Die Stadt wird belagert! Schon dabei! Zurück mit euch! Man muss aber auch sagen, diese H7 können guten Schaden austeilen! Auch gegen Gebäude! Ich habe ihn und nicht unter... Ich habe ihn für den Schaden. Ich habe ihn wieder errichtet. ... da ist er! Ich bin der Schaden. Stich! Du bist so! Du bist so! Ich bin denn hier! Schlag sie zurück! Sind auf Feinde gestoßen! Verstärkt die Verteidigung! Feindlicher Angriff! Gebäude wurde errichtet! Gehen wir es an! Erwarte Befehle! Schließ die Reihen! Haltet durch, Männer! Zu Diensten! So, hier weiter Türme errichten! An die Arbeit! Der Greif war ein Ende Schwingen! Erwarte Befehle! Sagen wir es an! Diensten! Vielen Dank.